kurz vor acht pünktlich dank mir dank mir weil ich dich gepusht habe ich erinnert habe wo ist das warm wie die klimaanlage angehabt haben als zu warm oder wir fahren wieder heim da ist schon wasser wir haben nichts zu essen mit das brot als spazieren tragen ich parke aber auch hier wie ja könnte mir keine hände waschen ging ich hab's gesehen ich hab's probiert so schnell kann man nicht sein die wartet auf mich ja heute haben wir beide unsere monatskarten eingepackt und wir sind wieder auf dem boot und es geht wieder zu den inseln heute fahren wir aber nicht nach russell island letztes mal sondern wollen wir uns mal die anderen inseln angucken aber wer weiß wir fahren einfach mal los wir haben jetzt gar keinen plan gar kein ziel das wäre die andere gewesen das sind ja die fähre die fähre andersrum ja wir wollen aber so rum fahren wir wollen so rum fahren wir wollen so rum fahren wir wollen bisschen länger fahren weil es ist schön ja 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 und natürlich moin leute hier vorne über den inseln blauer himmel so dass immer wieder auf russell island wie schon im vorletzten video aber heute steigen wir ja nicht aus wir fahren noch weiter es gibt ja noch mehr zu sehen da hat ein polizeiauto geladen auf der fähre ja das ist eine verständung tja auf der nächsten inseln so hier kann man sehen lamp island da sind wir jetzt drauf der kleinen insel kann man da einmal durchlaufen schaffen wir das oder ist das zu weit weiß ich nicht weiß nicht wie groß das ist aber sieht nicht groß aus es kann nicht viel größer sein als tamagotchi island hier noch was trinken dass der rucksack leichter wird das ist aber eiskalt hier ich wünsche der verbiert dran oh herr ist kalt cool aber wir sind so fast halb durch jetzt vielleicht kann man hier vorne nochmal ans meer da ist irgendwas ein park oder so das ist aber auch schön hier dass man alle gute farben noch hatte kann sie kaufen schön gerade so jetzt haben wir unsere notration schon gegessen hier auf lamp island jetzt wollen wir ein bisschen tennis spielen sitzen hier einfach schön im schatten hier geht eine schöne kühle brise hier durch es ist ganz schön warm hier auf der insel wieder da in der sache eben habe ich gedacht ach du schande keine gute idee aber hier ist gut hier ist gut jetzt müsste noch jemand von der communityhalle hier kommen und müsste noch ein kaltes bier herbringen das wäre noch richtig gut dann und ein teller pommes aber heute ist montag die haben zu hier ist der abgezäunte badestrand wobei was gibt es denn hier im water das jetzt abgezäunt werden muss gibt es hier haie hier gibt es keine haie und das ist dann abgezäunt das ist doch komisch ja ich gehe doch nicht in so einem kleinen zaun abgezäunten gebiet hier schwimmen oder irgendwas baden dann gehe ich doch hier irgendwo das würde noch einen grund haben dann gibt es hier stachelrochen keine ahnung das ist ja hier im park hier mit barbecue dusche wasser strom alles da ja aber dann tummeln die sich in diesem kleinen eingezäunten gebiet da komisch dass sich die leute da dran halten alle regeln und gesetze werden gebrochen hier ständig ich sage dir hier ist was hier ist der weiße haienwasser das ist so gefährlich deshalb halten die sich dran die halten sich ja da nicht aus spaß hier dran das ist kein haienetz was da gespannt ist das ist ja wie am Gardasee ha nicht schlecht nicht gut gemacht so da oben sind wir jetzt am ende der insel wir sind einmal quer durchgelaufen mit kleinen abstechern rechts und links jetzt versuchen wir hier oben zu diesem bett zu gehen weil ich bin nämlich müde nein wir versuchen da oben auf diese spitze zu kommen das geht wahrscheinlich geht es nicht hier hat jemand schon sein haus geparkt da ist ja schon die betonplatte abgesteckt da kommt es wohl hin bisschen Dämmung ganzen Rahmen liegen da schon das Dach wir haben ja einen alten Steg hier hinten ja das sind gefühlte 45 Grad na komm so schlimm ist aber nicht weiß ja ich schwitz ja gerne so das sind unsere letzten Schritte auf Lamp Island schöne kleine Insel sehr schön Urlaubs-Dings-Bums-Charakter hier da steht das Auto Russell Island waren wir jetzt sind wir auf Lamp Island dann sind wir gelaufen jetzt schwimmen wir hier rüber bis dahin sind wir gelaufen ja einmal rüber mit Abstechern noch hier rechts und links jetzt fahren wir nach Mac Lee Island nächste Insel oder zurück nach Russell nein nein wir fahren dahin und gehen ins Café wenn das Café zu hat die haben auch einen Sparmarkt da dann holen wir uns da irgendwas Teilchen ist jetzt nämlich halb eins so langsam kommt der Hunger durch die Banane nicht so lang gehalten also müssen wir mal auf den Bus warten in die richtige Richtung der Bus muss von da kommen und muss darüber fahren da hinten müssen wir hin zu der Insel das ist der falsche Bus der fährt in die andere Richtung aber da hinten kommt unsere unser Bus der muss jetzt aber warten hier der muss jetzt warten bis die durch sind hier der fährt wieder zurück nach Russell Island jetzt und wir wollen jetzt die andere Fähre nehmen bis darüber ein bisschen zurück hier ist unser Bus hier ist unser Bus das war's schon der nächste Bus stop hier das war's schon aber wenn wir fahren von Island bis zu Island nehmen uns zu Island nicht, wir fahren von Island bis zu Island nicht mehr aufs sondern frei Okay, das nächste Mal. Vielen Dank für das. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jede Menge kalte Getränke hier. Die scheinen noch Bier am Bahn zu haben. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Appetit Frau Schmidt. Guten Appetit. Vielen Dank. Vielen Dank. See you next time. You too. Ha. Alles ohne Preise. Die wissen schon warum. Hier ist ein Preis. Ist nur ein Grundstück oder? Hier sind auch Preise, ja. 95.000 kostet ein Block hier. Hier 4,70. 3,75. 6,50 hier. Wir sind alten Greensländer aufgestockt. Das ist hier unten ein modernes Townhouse. 4,90. Ja, man bedenkt, dass man den ganzen Scheiß noch hier herankarren muss dann. Mit dem ganzen Dörren, was du hast zu Hause, müsste es hier auf die Insel bringen. Mit dem Boot. So, der nette Busfahrer hat uns ja vorhin gesagt, dass wir hätten gar nicht stempeln müssen zur Monatskarte. Man kann von Insel zu Insel kostenlos fahren. Und nur, wenn man vom Festland oder zum Festland wieder fährt, zieht man die Karte durch und dann wird es abgebucht. Aber innen, von den Inseln her, ist es umsonst. Naja, jetzt haben wir einmal zu viel bezahlt. So, und hier geht es noch ein Eis jetzt im Sparmarkt. Mal gucken, wo war denn der jetzt? Vielleicht hier um die Ecke. Und dann geht es auch schon weiter zur nächsten Insel. Weil hier ist es auch wieder so eine Wohninsel, wo man zu Fuß wieder nicht viel machen kann. Aber auf der nächsten. Hält man sich doch gerne in der Tiefkühlabteilung auf hier. Herrlich. Zokolladensauce. Ja. Das ist so gut. Danke. 9,20 Dollar für zwei Eis. Geting. Zum Glück war der Grissi nicht dabei. Da kann sich hinsetzen. Da war es noch Terror. Sehr süß. Falls man das Ding verpasst. So, auf geht's zur nächsten Insel. Danke. Tschüss. 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 Willkommen zu Karagara Island. Eine Karte hier. Und dann geht auch den Weg hier drum herum. Ja, bis dahin. Ja, da ist auch gar kein Weg. Vielleicht ist es Felsen, was da rausguckt. Ja. Vielleicht geht es nur hier noch um die Nähe. Jetzt gehen wir erstmal an den Strand. Ne? Wollen wir nicht gleich wieder hier. Wir gehen jetzt. Der Bus ist weg. Ja, das war Mac Lee Island da drüben. Da sind wir gerade abgefahren. Das dauert eine Minute hier rüber. Und da haben wir ja Mittag gegessen bei dem Haus. Aber sonst nichts weiter unternommen, weil wieder nur Mangroven drum herum sind. Also keine Strände, so wie hier. Also Strand ist das ja jetzt auch nicht hier. Ne, mal gucken. Wir gehen mal um die Ecke da vorne und gucken mal, wie es da aussieht. Da am Schwimmbad, am Freibad vorbei. So, wir kommen am langen Sandstrand von Karangara Island. Habt euch versprochen. Hier geht es dann an den Sandstrand. Und jetzt hier, das holt ein Surfbrett. Das kommt jetzt bis hier hoch wahrscheinlich. Ja, aber. So ein Pippi. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020